Fußball kann manchmal so grausam sein, aber auf der anderen Seite auch so enorm geil. Rot-Weiß zu Gast bei Blau-Weiß. Nicht weniger als eine Lebenseinstellung im Revier. Unglaublich, was hier im Stadion los ist. Das ist gigantisch. Das ist wirklich Bundesliga-Atmosphäre. Mit den Fans hier im Rücken ist alles möglich. Wenn du das Spiel verlierst, dann hast du ein Problem in Essen. Hier ist heute für jeden was dabei. Ich finde auch, dass wir das 65 Minuten nahezu perfekt gemacht haben. Klasse Kopfball! Da ist das Tor für Duisburg! Baklalo hat es eröffnet! Das Pop-Derby! Stoppelkamp mit Gefühlen! Stoppelkamp mit dem Tor! Der ist so geil drauf! In Duisburg herrscht Monarchie und der König ist Stoppelkamp. Dieser Revierschlager ist noch lange nicht entschieden. Engelmann! Er kann nicht nur Regionalliga. Er knipst auch in Liga 3. Ja, vielleicht bin ich schon beim nächsten Mal an der Startzeit. Wer weiß. Das glaubst du ja nicht! Das ist der Ausgleich! Enali! Was für ein Essener Comeback! Deswegen bin ich mehr als enttäuscht gerade über die Sonne entschieden. Ich bin enttäuscht, dass wir nach hinten raus das Spiel nicht sogar gewonnen haben. Gibt's das Traum-Comeback! Kev Kier mit der Flagge! Und die Chance aufs Trente! Was für eine überragende Parade! War das bitteschön! Werbung für Liga 3! Da zieht's dir alles aus! Ein absolut spannender Spielfilm, den wir hier gesehen haben. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport!